Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blue Dragon Im letzten Part haben wir die rechte Hand von Nelly besiegt Ich bin der Roboter, wo ich den Namen vergessen habe, wunderbar Naja, unwichtig War sowieso nur ein... Okay, grad ziehen Schützen, blieb er dieses Mal nicht ab irgendwo Ja, mal nett Hm, haben wir schon gelernt, wunderbar Wird geladen, wird geladen, daraus kann man lieb machen Zola Sie sind entkommen Zola Zola muss den letzten ewigen Antrieb entfernt haben Ganz recht Der letzte ewige Antrieb Aber was passiert jetzt aus Zola? Ja Okay, folgt geklärt Ich habe alle ewigen Antriebe entfernt Das Schiff stürzt ab Du, Zeit für den Rückzug Alle von Bord Hm, ja lauf, ihr Schweine Haha Karabonga Haha Wunderbar Die Stürze auf die Gefestung Ja Endlich Verbrenne Versinke Da, schön Schönes Abfackeln Wunderbar Nene 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 hat alles verloren Seine Festung Seine rechte Ant Wunderbar Es hat nichts mehr außer Schiff Zola ist echt nicht ohne Ja Jetzt ist nur noch Nene übrig Lassen wir ihn nicht entkommen Gegegenanriff Ich weiß Nene Mann, was grenzt der so? Noch mal! Was passiert jetzt? Ne, ich muss es nicht steuern. Einen leichten Lohnspielen? Was heißt denn das? Da ist so ein Probe. Äh, was soll ich da? Ich weiß nicht. Wir brauchen einfach mal hier. Ah, das ist jetzt mein Ego-Shooter. Ja, ja, ich glaube ich weiß, was das ist. Ja, ja. Komm, ach! Ach! Nein! So, abgeschossen hier. Ich muss jetzt hoffentlich nicht fliegen. Das ist das Schlimmste. Ja, okay. Nee! Die hat geschossen. Ach ja. Gaw! Tug! Tug! Das ist ja! Das ist doch nicht. Was ist denn so eine scheiß Sichtumkehr? Was ist denn so eine Scheiß, was ist das eine Scheiß, was ist das eine Scheiß, was ist das eine Scheiß. Ich bin so scheiße aus, ey. Unglaublich. Ich bin so am Anfang lang. Nein, ich bin so spät, ey. Wo ist denn seine Lebensanzeige, ey? Alter Schwede. Hallo. Was muss ich hier machen? Hallo. Oh, mein Schimmel. Hey, kann ich mal aufhören? Ich kann überhaupt nicht abschließen. Ja, das muss ich mal. Ich hab halt ein bisschen jesu'n Scheiß Hallo, kann ich mal aufhören? 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 Ach, was ist das denn weg? Hallo? Hallo, kann ich mal aufhören? Hallo? Kann ich mal aufhören damit? Ach nee, was ist das? Oh, ist das klar? Komm her! Kann ich mal aufhören? Komm her! Komm her! Kann ich mal aufhören damit? Kann ich mal aufhören? Kann ich mal aufhören? Bis zum nächsten Mal! Tschüss Leute! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her!